Näh, näh, das läuft schon, das ist alles... Dieser Intellektor-Klugkei, sie ist so nicht vorhanden. Er ist nicht vorhanden? Oh, deine Eier. Deine Eier. Oh, nice, Julian. Oh, scheiße, ich bin am Sterben. Ach, bist du am Sterben? Äh, Nico? Schlepp, schnell. What the fuck? Muss mal gesagt werden. What the fuck? Stinkst nach Scheiße. Ich schweb im Bett. Ja, ich auch. Kennst du das, wenn du dich ins Bett legst? Moment, schlag mich tot, schlag mich tot. Wisst'n du. Ja, dann mal schnell einen Tod. So, jetzt musst du auch... Nein, nee, du musst doch selber nichts mehr, meine Güse. Nein. Was? 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 Wir müssen das machen, was ich drauf kann. Ähm. Die Berriere ist. Ja gut, Alex, ich platzi die Bett mal auf den Boden einfach und dann kommst du aber wieder. Es ist schlecht. Ja, ja, ich muss jetzt wieder hinlaufen. Es ist echt schlecht. Boah, der geht nicht mehr schließen, Mann. Er wird schon kommen. Wahrscheinlich ist es eine Angelegenheit von Leben und Tod, dass er noch nicht da ist. Höhe, komm. Nee, jetzt mal ernsthaft. Dann können wir ja selben. Zu spät. Ja, ich glaube... Ich bin ungefähr 20 Meter weitergelaufen. Alter. Nico, darfst du nicht schießt gehen? Nee, ich seh dich doch nicht. Was? Geh? Was? Julian, läuft's bei dir? Sieht so aus. Hört es sich so an, wenn's bei mir laufen. Nee, jetzt wärst du auf dem Klo. Jan, sag mal deine Koordinaten. 1, 2, 3. Koordinate 140 minus 69. Höhe, 69. Das ist besser. Das musste sein. Komm, das war schon vorgeplant. Was auch vorgeplant ist. Deine Mom. Oh, oh, jetzt hab ich dir den Joke genommen, sorry. Äh, nein. Und irgendwer fickt seinen Tastaturgera zusammen. Jo, ich hab die Wehres gesagt, was auf ihn wartet. Der war auch schon geschehen. Alter, Kubi, du hast dich so mega scheiße an, aber das ist irgendwie... Jan, laser, du bist ja nicht. weil du dich immer scheiße anhörst. Was? Servus, Drago. Hier oben, ich bin hier oben. Wie seht's denn aus bei der Hütte, wo wir auf der Insel rüber sind? Ja, ich hab dich schon gesehen, Jan. Ohne Spaß. Ich war da auch schon eine Weile nicht mehr. Rosig und schön. Oh, ihr seid... Keine Ahnung, ich war da auch schon eine Weile nicht mehr. So, ja. Servus. Rosig und schön. Ich war natürlich nicht so lange dort wie... Äh, nicht dort wie du, aber... Jo. Tiberius wird irgendwas Nettes gebaut haben. Nils war auch eine Zeit lang nicht da. Auf einmal richtig hart juckt. Fick dich, Ask Toolbar. Ich will nicht, Ask Toolbar. Na, 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 meine Herren. Leg doch mal wieder ein, hier. Die kommen auch gleich noch dran. Gibt sich alle rei nach Bücken. Für Nico. Was? Warum über ich als erstes? Ich bin nicht... Nils, das war tief momentan, oder was los? Der Anfeuchter. Ne, Julian... Ich war... Ich bin sowas von megamäßig, der Anfeuchter. Oh, ja. Das haben wir schon geklärt. Niveau. Ich will bitte nicht, dass hier... Wer braucht den Scheiß? So. God not great, the Yava Rotation Nation! Fuck you! Nivea, wer braucht den Scheiß schon? Yava, ich schlachte dich irgendwann und fick dich gegen die Wand, ich schwör's dir. Nivea, für Smooth. Ey, neben Zeit von Tiberius. Kein Lebenszeichen? Ja. Einmal weiß, habe ich Yava Erfolg rätseliert. Deine Muda hat Yava Erfolg rätseliert. Sonst sind immer noch Probleme mit, äh... Alex, bist du auf dem Weg? Niko, brauchen wir für irgendwas verrotztes Fleiß? Alter, du verrotzte Dreckshurer, ich klasse mich an die Wand. Ja, ich bin so gut wie auf dem Weg. Okay, soll ich euch ja den auch runterwerfen? Alles klar. Scheiß! Am... Ist irgendwie gestorben. Scheiß, Lüppel. Lüppel, Lüppel, Lüppel. Lüppel, Lüppel, Lüppel. Was, schließt du denn ab? Lass mal noch kurz warten. Bist der... Nein, Mann. Nein, Mann. Was willst du denn mit Gastreden? Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen krank. Ich will noch ein bissl schnupfen. Ne, scheiß drauf. Was ist denn schnupfen? Ich bin gar nicht... 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 Nee, ich hab eigentlich Gunpowder gedacht. Frischer Nasenschleim. Ja, das ist einfach Gunpowder schnupfen. Oder Glowstone, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube da ist jemand, den wir kennen. So, dann chill dir, ich werde ganz gucken. Nee, du chillst. Hey, du chillst. Du bist ein bisschen zu viel krank. Koksnasen, Koksnasen, Koksnasen. Hier, ähm... Oh, so Tilly. Schauen wir brauchen jetzt mal einen Plan, wo wir hingehen ohne Spaß. Ich weiß, ich such gerade schon... Du rennst gerade so dermaßen im Kreis. Schlimmes, ich weiß nicht mehr, wie es zurückgeht. Na, ich auch nicht. Dafür haben wir ja Kubi. Näh. Oh, oh, du wirst jetzt schon ausgebeutet. Ihr werdet da den Weg in die Vergessenheit schon. In der Peitsche. Ey, Kubi, ich hab's gefühlt... Boah, Alter, ich hab nämlich dieser... Ohne Spaß. Was? Ich hab's gefühlt, du hast hier schlechte Gesellschaft, so. So unfreundliche Mitspieler, so. Die sagen, ja, bitch, komm, schaff an. Ich hab schon darüber nachgedacht, ob wir nicht heute ein kleines Glas anschaffen, wo die Leute einzahlen, wenn sie fluchen. Nein. Nein. Julian, du bist so arm dran. Nein, fuck, und sowas gehört zu meinem Wortschatz, also das, das darfst du mir nicht wegnehmen. Ich kann sonst nichts ausdrücken. Das würde zumindest, äh, das würde zumindest unser Budget stark erhöhen. Leute. Ja, da kann man so. Kann ich nicht reden. Aber das sind einfach zwei Glas. Ja, du hast doch vorhin gesagt, dass Leute irgendwie leiser steigen können, gell? Ja, kannst du. Ja. Bei mir ist einer hier übelst laut. Oben, rechts, der Rote Kreuz. Ich hab keine Ahnung mehr. Warte mal, einer, ich bin mal alle von oben durch. Ich bin hier der erste, Black Laser High. Ja, der stinkt, die kannst du muten. Ja, der stinkt, das ist halt nicht, Alter. Äh, lol, ist weg bei mir. Loll, ist weg, auch. Jetzt geht's wieder. Props to you, Julian, Alter, ohne Sprache. Einfach mal hard, Props to you, ne? Na, kommt, Leute, seid mal fair. Und, äh, schaut, dass rausgefunden wird, wer zu laut ist. Ja, soll ich was zu essen? Du bist zu laut! Wer hätte gerade gesagt, wer zu laut ist? Oh, Heike. So, der Name Alice Kingsley, unterstrich, ich ist in der Weide, oder? Digga, aber Eitel ist jetzt drin. Viel Spaß. Dann kannst du jetzt auch. Okay, gut, super. Und ich wollte sagen, wir teilen uns jetzt auf, weil die ganzen, die ganzen Leute wegen mich gerade zu auf. Keine Lust mehr auf Julian. Das ist ein hässliches. Tut mir leid, Leute, dass ihr das mithören müsst, aber es ist halt Organisationszeug und, ähm, ich werde gleich auch, ähm, AFK gehen und, ähm, ich muss nämlich noch essen. Ich lasse euch einfach das alles mithören. Ähm, und, äh, dann werdet ihr, dann hört ihr wenigstens irgendwas, weil, ich halt dann, wie gesagt, kurz noch, äh, wegessen bin. Ähm, das Bild ist dann langweilig, ihr könnt dann einfach, ähm, ich weiß nicht was machen, aber mithören, kann vielleicht lustig sein, weil die Hülle noch mit drin ist. Also, jetzt, äh, schalte ich meinen Ton wieder an. Bis gleich. Also, bis gleich. Einfach, ihr hört den Ton jetzt wieder. Sound resumiert. User wurde aus deiner Kanal geändert. Du wurde geändert. Oh, was habe ich verpasst? Ähm, folgendes, ähm, du musst mir helfen. Ähm, bei was? Bei, ähm, ähm, Ich kann dir essen runterwerfen. Nicht, nee, du müsstest mir einfach nur helfen, dass ich da hochkomme. Was ist denn da unten, was dich hier stört? Äh, Mops. Okay. Hast du die Nachricht eingelesen, dass sie gescheuert ist zum ersten Mal? Ist zum ersten Mal da. Wer? Noob Warning. Freundin von Personen, ja, einfügen. So, ich bin jetzt unten. Ja, schlacht mal ein bisschen den Monster ab. Alter, hab ich viel da rumgammelt. Das geht ja gar nicht klar. Und lass das Zeug da liegen, dass er da liegt. Das ist praktisch. Ja, ich hab geschicken für dich, wenn du willst. Nee, brauch ich nicht. Alter, ich hab, äh. Will nur mein Zeug. Könnte es sein, dass wenn du irgendwie stirbst mit Hunger, dass der Hunger erhalten bleibt. Alter, ich krieg grad Mega-Damage. Ich hab keine Rüstung an. Da hinten ist auch ein Holzpimmel wieder. Ja, wo bist denn du? Alter, Nico. Ja. Da ist ein Zeppelin über Freiburg. Echt? Okay. Fällt mir grad auf, so wie ich auf sein Fenster schau. Alex, renn, komm, das schaffst du. Ich lenk sie ab. Nein, hier drüben ist mein Zeug irgendwo. Dein Zeug ist schon weg. Was? Ja, das hält nur fünf Minuten. Äh, ich bin hier vor circa zwei Minuten, ein Minuten gestorben erst. Aber das ist schon wenig länger. Ähm, jetzt geh einfach hoch und leg dich ins Bett rein. Äh, da war mal Zeug dabei, dass ich sie wieder umhaben wollte. Ja, das ist jetzt weg halt dann, blöderweise. Ich kill dir noch ein paar Viecherz und dann... Oh, jetzt hält kein Bock mehr. Jetzt geh hoch, beeil dich. Bin schon in der Gruppe hier oben. Ja, ich will auch noch hochkommen. Erstmal fast sterben durch, äh, Luftschaden. Okay, ich bin dann nämlich dann weg, ähm, ich glaube, ich lasse die Aufnahmen einfach laufen und du kannst dann allein Entertainer spielen. Oh, nee. Ach, komm doch. Ach, du hast schon angefangen aufzunehmen? Ich hab schon seit vorhin, als wir in der Gruppe waren, angefangen aufzunehmen. Ich hab dann kurz noch Bescheid gesagt, dass halt, äh... Das ist toll, dann fang ich jetzt an. Ach so, okay. Also, Leute, willkommen wieder zurück zu Season. Jetzt bin ich bei Nico auf dem Kanal dabei, wenn alles glatt läuft. Ab jetzt. Also, ich nehm es auch wieder auf. Bin aber zu faul, es auf meinen Kanal hochzuladen. Genau, ja. Ähm, also... Wir haben jetzt Akatschenholz hier oben. Und wir haben Soul Sand. Ähm, ich hau all meine Wertsachen in die Kiste rein. Und... Yo. Also, ich hab neuen Skin. Ja, ähm, falls ich gekillt werd, sammelt halt einfach die Sachen ein, okay? Ähm, du hast doch alles irgendwo hingeworfen, also... Nee, ich... Ach, wohl, ja. Ja, komm. Gut, ich nehm mal den Goldhannes bei der Ausrüstung. Ich will ein bisschen Ausrüstung nicht irgendwie doch noch dabei haben. Ich schau einfach alles rein. Oh mein Gott! Äh, die müssen... Das Problem war, ich hatte Gunpowder. Das hatte ich mitgenommen, damit wir sozusagen schön viele Vergiftungstränke machen. Äh, Alex, hier, ich geb dir noch was. Jetzt kannst du auch ein paar Tränke machen. Ähm, also ich stell mich hier in die Ecke einfach und bin jetzt essen. Ähm, bis gleich dann, okay? Mhm. Ich lass die Aufnahme einfach laufen. Tut mir leid, Leute, ich laufen lass aber... Ja, Alex ist hier, allein Entertainer. Wuhu! Du musst halt mit dem Tränke-Ding gucken, dass du halt dann, ähm, Schadenstränke brauchen wirst. Ähm, werfbarer Schaden war mit fermentierten Spinnenaugen. Ich schau mal kurz noch, was fermentierte Spinnenaugen sind. Also, ich bin jetzt AFK, bis gleich. Jo. Ja, jetzt bin ich allein unterhalb da. Beste! Yay! Moment. Ich hab keinen Minecraft-Sound. Doch, hab ich, aber das ist halt extrem laut. Leider, dann stell ich's mal kurz bei mir um. Also, die, die jetzt bei Nico zuschauen und... Das ist das Geile, weil ich hab ja eh zu ihm als Vorschlag gemacht, dass er vielleicht so macht, dass er das sozusagen Splitscreen oder Wechselscreen macht. Dann könnt ihr jetzt die ganze Zeit, ich kann jetzt so reinstellen, dass alles bei mir angezeigt wird. Minecraft ist auf voller Lautstärke, das ist... Ähm... Gesamt... ...durch. Und fertig. So. Ah, jetzt hört ihr auch ein bisschen Minecraft-Sound. So. Ausrüstung. Also, ich hab mir jetzt das geschnappt, wollte jetzt mal kurz irgendwo jemals auch in den Ofen sein. Nebenher muss ich auch noch, neben dem, dass ich hier arbeite, will ich mir Hühnchen braten. Will gleich seinen Explorer Pro öffnen auf dem Handy. Also, ich bin grad Multitasking am Arbeiten wie so ein Vollgestörter. Und jetzt ist es voll ungewohnt, Minecraft ohne Musik zu spielen, ey. Wirklich, das ist wirklich mal anders als alles. Haben wir irgendwo noch Kohle, weil dann mach ich mir jetzt mit meinem Akazienholz, das ich hab, in Kombination... Dann mach ich mir jetzt mal mal Akazienholz, was totale Verschwendung ist, da ich das eigentlich für die Brücke bräuchte. Ähm... Mache ich mir mal kurz Charcoal. Vollkommene... Ja, das ist auch vollkommene Verschwendung. Ähm... Machen wir mal vier Charcoal. Dazu brauch ich ja nur insgesamt... Das finde ich so chillig. So. Und daraus entstehen jetzt viermal irgendwas, das achtfach brennen kann. Das ist... Total chillig. Und ich find's total doof. Ich hab jetzt zu zeigen, wie wir wissen, dass Grunge... Äh, die Grunge-Version von... Sfax drauf. Endlich so geschafft, dass alles so aussehen soll, wie es auch aussehen soll. Und ich find... Das Grunge-Text-Effect sieht zehnmal geil aus als der Standard. Also... Äh... Hier ist Seltsammer Trunk... Oh, hier sind sogar schon fertige Tränke drin. Die müssen aber noch... ...zu Sprengtränken verarbeitet werden. Also brauchen wir Sprengpulver. Hat... Oh, hier ist eh Kohle. Ui, Kohle! Dann kann ich gleich das ganze Scheißzeug verbrennen. Hühnchen ist immer schön. Wobei ich ja zur Zeit Vegetarier bin. Also somit dürfte ich das eigentlich gar nicht essen. Hühnchen. Sag ja nicht. Wir haben kein Sprengpulver mehr. Oh, wir haben auch goldene Kroppen. So, ja. Nun ja. Ähm. Was wollte ich grad sagen. Äh. Pff. Äh. Mal. Ach. Hier. Nee, ich brauch. Äh. Ach ja. Ich wollt nachgucken. Wie macht man sich ein fermentiertes Spinnen-Auge? Dazu hab ich meinen Explorer Pro hier. Und... Ich würd sagen, wir gehen kurz mal zu den Tränken hin. Ordne jetzt mal die Kisten ein bisschen, um das anscheinend ja nicht kann. Der Herr Nico. Oh. Iberus greift anscheinend jetzt wirklich durch, was das angeht. Und ich muss mir jetzt irgendwie Musik herlegen. Ja, das Problem ist eben, dass ich ihm beißen wird mit Nico. Weil wenn der jetzt ein Splitscreen machen will. Aber wir brauchen Pilz und Schuka. Dann... Das ist auch ein Problem. Ich hab eben Pilze geholt. Ähm. Und ja. Kombiniert klug, Herr Otzen. Ja, ja, ja. Die hatten für alles irgendwie ein gutes Recht, ne? Ich find's immer noch so, dass man die Tränke so gar nicht stapeln kann. Ja, das ist nur ein einfacher Wassertrang eigentlich. Sozusagen selbstsamer Trang ohne Wirkung. Aber... Was macht eigentlich das ganze Hühnchen hier oben? Wo ist... Ich ordne jetzt hier das ein bisschen, während er hier weg ist. Weil er ist ja gerade was fräsen, der Typ. Und ich bin in der Zwischenzeit so... Ich kann natürlich eine eigene Kiste machen für Nahrung. Mache ich jetzt auch, ne? Oder hat er irgendwo Nahrung? Herz und Kohle, Stein, Herze, Ausrüstung, Monster Stuff, Erde, Kies. Nö. Da mache ich jetzt eine wirkliche Kiste, wo ich einfach noch dran hänge. Essen. Und zwar mache ich die mal einfach... Boah. Essen. Weil ich brauche auch Essen. Und da packe ich auch gleich das eine Hühnerei rein. Hier nehme ich mal die Charcoal raus. Die ja jetzt mittlerweile einen komplett neuen Skin hat. Was ich extrem toll finde. Oder noch besser, ich mache mir so eine eigene Kiste hier noch irgendwo hin. Also brauche ich jetzt noch schon wieder kein... Ach, hier wäre Kohle gewesen. Ah. Na gut, da packe ich ja mal Charcoal rein. Dann machen wir jetzt aber hier auch noch bei ihm so hier oben... Eine eigene Kiste hin. Also an alle Zuschauer von Niko. Ich stehe hier. Ich mache mir jetzt eine eigene Kiste. Hier oben auf Nikos Insel. Aus meinem wertvollen Akazienholz. Weil es mir einfach... Mittlerweile schon... Ach, ich sollte mich mal ins Bett legen, dass ich hier wieder aufstehe, wenn ich sterben sollte. So, dann mache ich jetzt mal... Irgendwo hier... Eine eigene Kiste hin. Ich werde ihn einfach dann auch fragen, ob ich irgendwo hier mir auch ein eigenes Häuschen bauen darf. Also wenn er wiederkommt. Dann... Dann... So... Minamänner, sondern ähm... Dingsbums. Wie heißen sie gleich nochmal? Creeper. Simpler Gründ, weil wir brauchen es. Hat er noch irgendwo einen Bogen total... Hier hat er noch ein paar random Bogen. Moment. Stärke zwei Bogen. Ich nehme mal die normalen Bögen. Und zu dir zusammenfügen. Ähm... Amboss, den da hin, den da hin. Kostet zu viel, obwohl er ziemlich gut wieder voll wäre. Hm. Dann laufe ich einfach mit beiden rum. Dass wenn der eine kaputt geht, dass ich den anderen habe. Aber ich habe leider auch keine Pfeile, oder? Doch, hier sind ein paar Pfeile. Gut. Nehmen wir mal so zehn Pfeile mit. Äh... Mal gucken, was... Aber... Äh... Ich werde gar nicht erst darauf eingehen, auf diese Diskussion. Ähm... Ich gehe jetzt noch kurz zu dem Ofen hin, wo hier zusammen gebraten wird. Pack das noch hier rein. Soll... Ich werde bestimmt nicht alles mitnehmen. Acht Hühnchen reichen dicke. Und... Auf geht's! Ähm... Gut, hier unten ist nichts los. Weil... Ich brauche das ganze Akazin aus, um diese Brücke noch so hier lang zu führen und durch den Bergeimer durch. Wahrscheinlich wird es dann da oben auch ziemlich ulkig werden. So... Besser ist das auch gleich jetzt die Mission.